Amerika. Im deutschen Stall ist er nicht gewachsen. Kenn ich dich? Lass mich in Ruhe, Freundchen. Scheiße! Was? Hey, du da! Sie Nazis. Ich komme für dich. Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Hast du etwa Angst, Hans? Vielleicht? Waffen bereit? Scheiße! Achtung an alle Waffen! Ich... Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratter auf der Flucht! Ich will, dass Schwein tot sehen! Los! Leute, die sind auch super! Das ist ein Allerwachsener! Ich bin ein Allerwachsener! Ich bin ein Allerwachsener! Ich bin ein Allerwachsener! Ich bin ein Allerwachsener! Es hat sie in Position! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR